das passt ja jetzt geht's wieder das muss ich wieder red and blue alloy kabel machen muss ich mich erstmal wieder hochbauen damit ich dann noch nein ich brauche ehrlichen erläufer und es wird mich verarschen dann hatte ich doch ein letztes elektronik erläufern ist einfach briggs einfach briggs okay aber ich habe kein leben dankeschön leben gibt es da unten aber in massen ich habe das gefühl ich kann auf wasser laufen aber ich glaube das gefühl habe ich auch zurecht aus so fast so und jetzt hoch mit mir so alloy 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 noch mehr glas glas macht spaß so es reicht schon mit kraft und dem könnte ich auch nur umstellen aber also ich muss ja die dinger machen hat er sich das ist bei mir geküppelt hier aus wie kf was ein textgepäck oder was diese diese fontäne hätte ich mir gerade so oder muss ich mal vorbeikommen muss ich mir mal einziehen warte ist es dann elektrische fernes hatte ich nur alloy in gott und wie soll ich denn kriegen ohne alloy fernes die völlig das ist normales ab jetzt erstmal hinstellen ist logisch das ist es nicht 1 2 wie mache ich das da brauche ich brauche ich viele alkoholite oder jetzt hat ein kleid zu ganzen sind so wie echt ins kühlschrank leitern sind sind gefunden bei mir ja auch das ist so gut dass das zu mir sehen für was brauchst du das auch nikolite für für diese blue alloy dinge und die will ich ja haben im endeffekt ich muss das irgendwie umbauen so ist das heißt erstmal muss ich den hier hinstellen den betreibt man ja mit kohle wie ich gehört habe das nun das nun kürzmann du spieler 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 das und scheiße erstmal redstone holen das ist aber schnell so nun mach ich bin ich gleich ein bluerleiter man es wird ewig dauern komm schon was brauche ich für ein bluerleidigen heute fährt war die feinste einigen was macht denn brennender zombie in meinem haus silbern frag ihn frag den ich hab noch keine ich hab noch keine fackeln im haus wahrscheinlich daran liegt es ähm was wollte ich jetzt machen naja ich kann hier wieder ein bisschen erde und kabel rein schlappen rappen kacken wie man es will rein kacken da da oh nein ich hätte mir zwei eisen gut behalten können aber ich bin echt verpeilt ich weiß nicht warum aber manchmal bin ich echt verpeilt wer ist das nicht keine ahnung du vielleicht warte ist jetzt mit strom was ist mit strom das ist falsch ähm warum hab ich dich bis gekraftet du bist vollkommen unnützlich scheiß electric teil ähm so alles muss man sich jetzt echt so umständlich machen ich hab eine frage gibt es eigentlich auch immer das eisen ich bin ein idiot erster klasse wieso weil ich immer nicht mache was ich machen soll ach ja ne wunsch doch wer kann ich hier nicht mehr machen so braucht man wirklich dieses ultra low current cable dafür äh ja die sind aber billig glaube ich na nur tin ok ja ich hatte gerade mal eine bricks reingetan die bricks ich kann mein teil nicht einsammeln ja lass mal gucken shit die ist die shit ah dankeschön äh tin sehr schön und rubber da war nix drin und da ist auch nix drin das ist nicht fair ich hatte so viel davon Kino so ich hab nun dies ist noch possible und bei sieben immerhin haben wir ein trippel das passt doch zur Entschädigung das ist das ist doch Sand ja das ist Sand dass ich nicht was ich haben will dass ich nicht was ich haben will das ist auch Sand oder? ja ein bisschen Leben ist das etwas zu viel Gott irgendjemand schreibt mir gerade auf Skype aber bei mir hat wohl auch jemand Skype geschrieben aber scheiß drauf ja wahrscheinlich ist es in die Gruppe ich muss und äh flammende Musik ist schon wieder unser anruf geht schon ein über eine halbe stunden das muss sagen das muss heißen wir haben viel spaß leute was soll es denn sonst bedeuten ich glaube ich gehe gerade in die falsche Richtung ja ich gehe in die falsche Richtung ich sterbe noch ein Fallschaden ich idiot alter chill down ich kann ja hier trotzdem kann ich auch dann so hoch hüpfen dann habe ich ganz schnell da rein cool lol ich muss die Hose einfach nur unter Hand haben wieso ich hoffe das reicht so wenn das nur mit einem verbunden ist jetzt muss ich nur irgendwie rauskommen hier wieder okay da kann ein bisschen Leben rein ein bisschen hier von ein bisschen da von ich hab zu wenig Rotstein Rotstein Badbox ah genau Copper Cable hörst du es wenn du unten eingibst dann äh graut alles so aus irgendwie nicht ich glaube Gottes typisch tut bloß um n so Batterien rein und Copper Cable und machte Badbox so mal gucken ob das funktioniert äh das heißt ich mache mit einem zweiten Aloe Furnace viel Kohle verbraucht er dann na es geht WTF ah ich denke jemand hat noch ein paar drin ne weil Badbox ist eben äh schon was reingefüllt worden obwohl gar kein Wasser oben drauf ist lol lol ja aber ich hab vorhin Wasser drauf gehabt ich denke die hatten einfach nochmal ein bisschen Rest ja das kann sein so Eisen hier rein ah fuck ok ich bin nicht zu dumm darüber zu springen na ah also eins Copper geht auch ok ok auch Kohle alles klar let's rock k k k k n 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 Mein Haus, nachdem ich das hier hierhin getan habe. Verdammt, das Wasser will nicht genau so, wie ich will. Ich komme. Also ein Wasser reicht da nicht. Also du musst eigentlich nur eins und den Top machen. Warte, ich guck mal, wie du es gebaut hast. Vielleicht hast du es ja auch falsch gebaut. Ich weiß nicht, ob an den Ecken welche sein sollte. Also es sollte eigentlich überall was sein, ja. Und dann, warte, gib mir mal das Wasser. Warte. Da. Ach so, ja, okay, ich verstehe es. Das war ein bisschen blöd von mir. Hier muss Wasser drauf. Ja, aber das begutzt doch nicht alle. Ja, ich weiß, das muss noch nicht, aber das muss halt auf das Kabel drauf. Das kann ich ja noch eins höher machen. Und dann muss da unten die Badbox drauf. Das kannst du ja... Ja, so. Warte, jetzt hast du das Wasser weggetan. Oh. Hast du auch schon unten eine Badbox dran gemacht? Ja. Ja. Ich kann ja gucken. Also es wird auf jeden Fall schon gepowert. Du kannst ja auch mehrere setzen, wenn du Bock hast. Nee, warte, stopp. Du kannst einfach hier mehr von dem Kabel setzen, dann einfach mehr Wasser drauf platzieren. Setz mal einfach mehr Kabel, und ich platziere drauf. Nein, 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 nein. So zur Seite. Ach so, sorry. So. Warte, stopp. So. Dann kannst du einfach da überall Wasser drauf platzieren. Bis es halt irgendwann mal läuft. Hier, kriegst du wieder zurück. Dankeschön. Oh, hier hast du noch eine Watermill von mir. Die liegt da unten. Warte. Dankeschön. Peng. So, wie kann ich denn da gleich weiterbauen? Einfach gleich mit Basalt Paper. Ja. Ich brauche was zu essen. Ich habe was zu essen. Ich habe eine nette Farm. Ich muss mir gleich mal eine Farm machen. Ja, mach ich mir auch gleich. Lass mal hier das Fertisch machen. Eins nach dem anderen. Oh, yeah. Wann bin ich denn mal da hinten durch? Oh, ich bin durch. So. Ich brauche noch ein Wasserchen. Ich werde mehr Terraformen müssen wie sonst was. Mir fällt da gerade kein geiles Sprichwort für ein. Zu was? Ja, damit mein Haus auf die richtige Ebene kommt. Oh, jetzt habe ich. Nein, die ist nicht gut. Ah, mach ich einfach so, weil ich es kann. Und da kommt da das Zeug rein. Und da kann ich da eigentlich gleich das Glas platzieren. Zack. Okay, ich check's nicht. Ich mach's nicht. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bankerang. So. So. Wieso geht's da hinten über die Ecke drüber hier nicht? Musst du nicht mich fragen? Platziere einfach Wasser, Wasser, Wasser. Wasser oder Wasser? Oh, Terle. Okay, an die Ecken. Ich glaube, ich mach mir jetzt mal ins Terraform ran, soweit die Zeit reicht. Alter, das wird schon wieder dunkel. Ich krieg ein Raster. Ja. Ein Raster-LP. Wie? Ach, deshalb ging das hier nicht. Okay, warte. Boah, irgendwie hab ich da keinen Bock auf das Terraform, aber ich muss es machen. Das wird länger dauern wie Balkon-Craft, ja. Ich find's verlustig, dass das Wasser hier nicht überschlappt. Gott. So, so. So. Ja, genau. Hier muss es natürlich dann übertreten, das Scheißwasser. Oh, was sagst du? Wie lange machen wir noch? Äh, warte mal, wie viel ist es denn? Es ist, ähm, okay, äh, ja, mir egal. Ja, ich würd sagen, machen wir dann bald Schluss, weil dann können wir, ich glaub, auch besser hochladen, weil es wird jetzt, glaub, ein bisschen dauern, bis wir das dann hochladen haben, oder? Ja, ich mein, ich weiß nicht, wie lange nehm ich jetzt zwischen auf? Ähm, eine Stunde 40 ungefähr. Ja, okay. Dann, warte mal, wie viele Parts sind das? Das sind ein paar Parts. Ähm, das sind ungefähr, äh, vier... So, bei mir ungefähr so, 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 so. Wie lang machst du, wie lang machst du das? Zwischen 10 und 15 Minuten. Ja. doch mal eine special folge von 20 minuten aber dafür dann für 80p aber mir ist es immer so wenn ich schon eine lange folge und dann auch mit einer schlechteren quali weil sonst war ich bin schüler also die zeit habe ich einfach nicht also ich habe zu viel zeit aber so viel zeit habe ich dann wieder auch wieder nicht die acht stunden hochzuladen wenn man internet ist ja auch nicht gerade top vom upload her von download schon aber nicht von upload und deswegen muss man halt auch mal prioritäten setzen ja ich lasse eigentlich immer in 1080 hoch das kann es nicht weil mir dauert hat auch meistens die bearbeitungszeit bei contasia das macht das video größer wie es sein könnte aber naja wenn es zu groß ist dann kann ich es immer noch runter formatieren und formatieren das ist ein bisschen kleiner ich habe keinen auch mal bei mir das heißt ich verliere das ganze leben bis fünf leben geht es hier ich weiß gar nicht um welcher schwierigkeitsstufe wir spielen du böse skelett du haben wir bloß ab manne schreckt mich nicht so nein 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 es ist eine scheiß spinne hinter mir kommt ich kann nicht errennen kommen weg weg nein erst noch zwei leben komme ich ziehe noch jetzt zack ich rein und hoffa bitte ach stimmt ich habe ich habe ja gar kein dach und es ist eine spinne ich mongo ich habe vergessen dass ich noch kein dach habe immerhin habe ich jetzt wieder voller hunger immerhin eine dache dass ich Ihnen Gott